Was geht ab? Hier ist wieder Mo von GZNTV. Willkommen zu einer neuen Folge von... Lasst uns Rainbow Six Vegas 2 spielen. Der vierte Part. Go, go, go. Go, 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 go. Da ist ein Terroristen. Doubleheady und es ist irgendwie viel zu laut hier gerade. Sperrfeuer. Oh, falsche Richtung. Zu leise. Okay, ich glaube, so ist gut. Aua. Okay, das ist gut. Sprinten, 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 sprinten. Sehr gut, du hast den Mistkehl. Schon wieder an einem Gewehr da eben. Abseiler, Abseiler. Hütte ihn. Sehr gut. Noch mehr? Noch mehr, die sich hier irgendwie abseilen wollen. Noch mehr. Ha, Noobs. Könnte verkabelt sein. Sei vorsichtig. Können wir da eine Granate hochschmeißen? Ja. Was war das denn für ein scheiß Wurf, ey? Der Typ kann nicht werfen, ey. Bombe? Okay. Aber hier liegen Gasmasken. Klee-Waffen. Wir gehen zuerst zur Arena, dem wahrscheinlichsten Ziel. Lawrence ist am Rohr. Bishop, wenn Sie Klee-Waffen einsetzen, würden die kleineren Gebäude mehr Sinn machen. Fangen Sie da an. Alles klar. Erfolge. Eindringen vorbereiten. Klee-Waffen. Ja, mach mal, dann mach mal. Neuer potenzieller Eingangspunkt. Wenn ihr oben an der Treppe nach links geht und an der Seite des Gebäudes entlang lauft, könnt ihr durch die Fenster stürmen. Ja, das war auch meine Idee. Ja, rein da jetzt. Auf zu quatschen. Okay, sehr gut. Mitkommen sofort. Oh, hier oben hab ich auch gegen ihn geballert. Das ist aber schön. Hier drrrrrrrrrrrrrrrrtt. Und dann ein bisschen Blut. Schöne Sache. Moin. Hier war ja sogar einer. Wir brauchen mehr Männer. Ey, mein Rang ist auf meiner Schulter. Das ist ein Gammelrang. Toll. Na, dann geht's echt lang. Na gut, dann gehen wir jetzt runter. Bleib einfach wachsam. Was ist denn hier so viel Rauch? Was ist denn hier so viel Rauch? Ich seh überhaupt nichts. Und wieder einer weg. Und, den hab ich nicht erwischt. Den hab ich dafür erwischt. Fuck, wo ist er? Wo? Alter, habt ihr mir in den Rücken geschossen oder was? Die Penners. Bleib hier. Nein, mit Kopf. Wo mir. Wo, wo. Und nochmal. Und nochmal. Ja, toll. Gleich von hier. Hier haben wir gar nichts geschafft. Super. Wir gehen durch den Kaffee-Raum. Wir gehen durch den Kaffee-Raum. Na gut, doch nicht. Mann, okay. Hier haben wir noch eine Tür. Ihr kommt mit? Wunderbar. Ich wollte schon tot, aber nochmal nachladen. Bye, bye. Wheeeee. Oh, nein, mitkomm. Komm zu mir. Loll. Loll. Oh yeah, in der Kampflevel 2. Mitkomm. Kommt her. Oh. Emu hat einen Soundrack. Den Typ. Okay, heute ist er. Heute ist er nicht mehr dort oben. Information oder in Position? Habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden. Oh, holy crap, Alter. Helft mir, helft mir. Geht mal da hin. Sehr gut gemacht. Oh, Granate. Oh, Alter. In Eisner. Oh. Okay. Oh. Was habt ihr denn mit dem armen Monitor gemacht? Wieso habt ihr denn den Stuhl darauf geknippelt? Mann. Das müsst ihr so machen. Versteht ihr? Das bringt doch sonst nichts. Das ist doch keine Datenvernichtung da. Oder irgendwie mit dem Stuhl darauf rumkloppen. Dann müsst ihr darauf schießen. Oder vielleicht sie vier anbringen oder irgendwas. Oh Gott, wo geht's denn hier längst? Wir haben den Checkpoint erreicht. Moin. 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 Komm zu mir. Das war knapp. Das tut doch weh. Das tut doch weh. Moin. Moin. Ja, was ist denn das für ein Rauch hier? Gut, dass wir Gasmasken aufhaben. Mitkommen, mitkommen. Folgen, folgen, folgen. Wieder ein Checkpoint. Jetzt kommen sie aber mit den Checkpoints hier. Alter. Erstmal so voll am Pfeifen und nach so. BAM! Hedgehot! Ist hier noch irgendwo längst? Nö, Schließfächer. Ja? Die Mucke ist geil irgendwie, wie die passt. Wo hat sich hier eine abgeseilt oder hochgeseilt oder? Nein, warum auf mich? Anfei! Äh, hoch, hoch. Ja, macht mal. Ich geb euch Deckung hier. So gut ich kann. Alter, was war das? Alter, was werfen die denn hier? Geht doch auf. Geht mir Deckung. Schnell! Ich komm ja schon freiwillig runter. Wahnsinn. Wahnsinn. Geht doch mal. Geht doch mal ein Seil heute? Nach oben. Hör mich. Geht doch mal. ja der andere nimmt dann das andere ist auch okay ich immer von den dächern abseilen ich meine dass ich meine das machen doch eigentlich die die cops das machen wir und nicht die gangster die gangster müssten jedoch schon eigentlich drin sein komisch naja oh hier äh scheiße basketball nix basketball wie heißen das noch squash ich komme nicht mehr drauf ich weiß nicht auf jeden fall hardcore das ist echt hardcore dieses spiel dieses gebäude ist sicher wir gehen zum nächsten okay wir gehen zum nächsten und 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 Oh Gott, da kommen welche mit nem Schild lauten, Alter. Alter, das wird ja monstruös jetzt. Verdeckung! Viel Spaß! So viel hältst nicht mal du aus, Schildmann. Oh, beide Schildtypen schon weg. Das ist gut. Das ist echt gut. Ohne andere Waffe. Ist mir egal, von mir aus nehme ich diese. Aber auf jeden Fall... Oh, mit Arkob. Oh, ich mag Arkob irgendwie nicht. Denn Arkob ist so unnötig. Ah, meine Arm juckt! Kommen die noch mit? Wunderbar. Wieso denn? Warum denn erschießen? Toll, einer weniger. Super. Soll mir das jetzt irgendwie helfen? Alter Mann, ey. Oh, lol, ey. Wo kam... wo war der denn jetzt wieder? Und ich flieg jetzt mal die Treppen runter, ey. Holy Crap. Oh, gut, dass wir gleich wieder hier sind. Wenigens nicht ganz so viel. Sichern sie das Goldman Center. Alter, guck mal, die Waffe ist so schlecht. Ach, ein Schildtypen kommt auch noch hier raus. Ja, nee. Ich ruhe dich gleich. Keine Angst. So, jetzt geht ihr erstmal da hoch. Viel Spaß. Toll, jetzt ist da keine mehr, oder was? Ey, ihr wollt mich doch verarschen, alle. Mann! Toll, hier oben muss ich glaube ich auch gar nicht lang. Ich glaube ich war schon richtig da eben. Soll ich auch mal ein Schild nehmen? Ich find ein Schild eigentlich ganz geil. Das hab ich noch als Zweitwaffe. Das Ding. Vielleicht hab ich noch... Das Ding. Ach du Kacke, ey. Ich hab ja nur schwere Teile hier. Dann nehmen wir doch mal den Schild. Den Schild nehme ich eigentlich ganz cool. Man kann aber nicht sprinten. Das ist ein bisschen Kacke. Checkt vor allem. Nein, mitkommen. Kommt mit, kommt mit und zeigt mir eure Welt. Ja, so ist richtig. Ja, das dauert nicht so lange. Ich glaube hier ist sowieso keiner. Erstmal zumindest nicht. Party! Okay, jetzt sind hier wieder welche, das weiß ich. Das Gebäude ist gesichert. Keine Bombe. Wir gehen zum nächsten. Okay. Los, los, los! Oh yeah, Meisterschützen, Level 4. Hier. Stirb doch alle! Mann, die Pistole die reißt einfach nicht. Oh Gott, Schild gegen Schild, Alter. Ich mach deinen Arm zuerst in den Arsch. Ist er tot? Nee. Ich glaub der lernt auch mit irgendwie, wenn wir das nicht spielen. Aber ich schiesse ihn in die Beine. Okay, zu spät. Guck mir das was im Blick. Oh. Ja, gegen Rainbow, da hat einfach keiner ne Chance. Ganz einfach. So, jetzt müssen wir noch mal bis zum nächsten Checkpoint spielen. Und dann machen wir mal Pause. Wenn ich ehrlich bin, bin ich aber echt müde, ey. Wir wollen mitkommen. Halt! Wir kommen! Los, los, los! Da ist ein Kürbos auf dem Arena-Dach. Wie geht, Cabreraus 2. Wir haben die Worte in den Luftwurzen! Nein! Oh! Oh oh. GO GO GO! Team RAINBOW! Fuck, kommen wir zu spät? Sie werden vergast Wir hatten bestätigte Geiseln und ich gab den Befehl, sie zuerst zu retten. Eine Situation aus dem Lehrbuch Hunderte sind da drin gestorben! Ich gab den Befehl, nicht sie! Wir sind ein Team! Und ich bin der Teamleiter. Wir haben eine Aufgabe! Sharon, wo ist Miguel? Er ist zur Bibliothek gelaufen, aber er ist langsam. Er scheint dort seine Coyotes zu sammeln. Verstanden! Verstanden! Dann sehen wir uns gleich wieder! Haut rein! Tschö!